so die heil war da hat uns was von vom lächler gebracht was hast du wieder gekauft ich habe so eine vermutung holblock steine das habe ich nicht bestellt darauf könnt ihr euch freuen ich habe eben gerade die empfängeradresse gelesen das weiß ich dass das nicht sie ist da von hole 4009 9004 fast 2000 steine losklemmen ich weiß was wir heute haben klemmen wie viel sind das tausend teile fast genial erst mal herzlichen dank an von hole ja dass uns die möglichkeit zugeschickt waren weil die so zufrieden waren mit unserer arbeit wir machen ab und zu auch mal was richtig genau ok ja die hl war da post vom lächler mal schauen ach so das ist die aufreißmechanik wurde dran rum das ist für unser schild draußen von hermes das funktioniert funktioniert normalerweise mit 220 volt aber wir stellen das um jetzt auf solar sehr gut ja alles klar die arme zone war da sieht man am lächeln und an diesen aufklebern wenn so ein gelber aufkleber drauf ist dann kam das direkt aus amazonien aus amazonien da haben wir zum beispiel frisch bestelltes packpapier wie wie ein zettel damit wir wissen was drin ist und dann haben wir die schreiber mit loch ja ok dann haben wir ein klebstoff sieht gut aus ja und was ist damit ja so das sind wieder die dinger die hinten aufgerissen werden ja was haben wir denn da erstmal das flache scheiße dürfen wir nicht zeigen dürfen wir nicht zeigen stecke ich in die tasche dass wir jetzt bald in die hose gegangen nein das war nichts gefährliches aber wenn ihr es mal seht dann fallen euch die augen raus dann haben wir hier zum beispiel von disney frozen ich sage es ganz ehrlich wir machen nicht viel mit mädchen spielzeug und ja wenn ihr das mögt dann schreibt uns einfach in die kommentare wir wollen mehr davon sehen ich hab's mit den gaul gekauft und das war's wenn euch das video gefallen hat daumen hoch abonniert uns und wir sehen uns im nächsten video tschö lef tschö